Aktuelle Wetterprognose 14.09.2011, Stand 4.30 Uhr, Berlin-Heiter 17 Grad, Dresden-Heiter 18 Grad, Dortmund-Heiter 18 Grad, Flensburg-Regnerisch 15 Grad, Frankfurt-Heiter 21 Grad, Freiburg-Heiter 22 Grad, Hamburg-Wechselhaft 15 Grad, Köln-Heiter 20 Grad, München-Regnerisch 20 Grad, Rostock-Wechselhaft 17 Grad, Stuttgart-Heiter 21 Grad, Madrid-Sonic 34 Grad, New Orleans-Heiter 33 Grad, Mai-Saint-Shellen-Gewitter 28 Grad, Seoul-Heiter 30 Grad, Stanley-Faltland-Heiter 8 Grad, Taipei-Wechselhaft 32 Grad, Mekka-Sonic 34 Grad.